Guten Tag, meine Damen und Herren, ich würde Sie herzlich gern begrüßen zu einer neuen Folge Besiege. Und ich weiß nicht, was Sie haben, ich habe einen ganz miesen Akzent, das weiß keiner, wo genau, wo ist denn hier ab? Ja, drop it, like it's hard, drop it, like it's hard, drop it, like it's hard. Ja, wir hatten ja letztes Mal dieses Gefährt, also dieses fahrende Gefährt mit den Sägen, einmal das mit den schwingenden Sägen, das mit den schwingenden Sägen war auch eine schlechte Idee. Ich will diesmal wieder warten, bis der Gegner zu mir kommt. Aber mit dem Unterschied, dass es diesmal ein stationäres Gefährt wird. Gefährt? Es ist ja kein Gefährt, wenn sie es bewegt, äh, wenn sie es nicht bewegt. Also es ist auch kein Gefährt. Äh, dann muss ich mir was Neues ausdenken. So. Erstmal das Grundgerüst. Schön massiv. Hola. So. Das Ganze muss viel aushalten können. Ja, und jetzt hier. Wo haben wir sie dann? Waffen. Wie viele kriege ich hier rein? Nicht so arg viele. Zurück zum Zeichenbrett. So. So. So, das sieht doch schon mal ein kleines bisschen größer aus. Ich habe beinahe die Verstärkungen vergessen. Ach, das ist schon eine schöne, entspannende Musik. Die Entwickler wussten ganz genau, dass die richtige Musik für das richtige Spiel unheimlich ausschlaggebend ist. Ja, jetzt passt doch. Ja, innen drin brauche ich ja nichts. Äh, theoretisch, ist was der Rock? Nein! Äh, theoretisch muss ich jetzt innen drin nur noch... ...ein bisschen was ausdenken. Äh, richtig rum? Ja. So, das Ganze muss natürlich geschützt vor Pfeilen sein. Es darf sich hier niemand durch diese Mine da hinten in die Luft sprengen, weil sonst bin ich gearscht. Weil Feuer ist echt in dem Spiel der absolute Tod für diese Maschinen, weil die eben ein großenteil aus Holz sind. Man hat keine Alternative. Irgendwie jetzt zu sagen, nö, kein Holz, ich baue nur Metall oder so. Geht irgendwie nicht. So. Wieder die üblichen Verstrebungen. Ei. Stimmt, ja, stimmt. Ah. okay bricht irgendwann auseinander verstehe ich jetzt nicht ganz warum kann sein wegen den pfeilen das fährt automatisch durch die gegend aber gegen die pfeilen unternehmen wäre jetzt was wo das ist wieder so viel klickerei also wer sich ein let's play hiervon längere zeit angucken kann ist entweder totaler ingenieurstechnik fan oder hat einfach unglaublich viel langweil jetzt ist aber eigentlich nichts groß passieren weil wir haben panzer oben drauf vielleicht haben wir auch noch panzerung an der seite es wird eine unglaublich schwere konstruktion aber ansonsten alles passt so perfekt als hätte ich es abgemessen wunderschön hier passt weniger wunderschön was jetzt nur so drauf macht aber gar nichts hier liegen die übereinander und er hat gar nicht gemeckert interessant meckert da gar nicht sind sie mit der fehlermeldung gar nicht nachgekommen sind sie mit der fehlermeldung gar nicht was soll ist das das ist jetzt ein merkwürdiges gerät testen wir es ist es fällt sofort in sich zusammen Okay. ich glaube es fehlt an diesen zwischenverstrebungen hier ansonsten hebt hier nicht viel das ganze gewicht und ich meine wir haben ja keine sonstigen beschränkungen die uns daran hindern würden das zu benutzen da kann man hier verstrebungen reinmachen hier hier auch noch mal hier das ist einfach nicht begreiflich für mich ich kann es nicht vorher nachvollziehen jetzt ist nur ein teil kaputt gegangen eigentlich so wie es sich für eine richtige physik simulation gehört nee eigentlich nicht die ausgangsbedingungen sind immer dieselben das heißt wir müssen eigentlich immer dasselbe ergebnis geben okay drei fps ist einfach zu wenig okay dann war die idee mal wieder müll nächste idee ist wir brumpten sie alle ins nächste jahrhundert und mal so als vorhersage die die hier jetzt auf dem channel folgen es wird in nächster zeit vermutlich wieder etwas mehr content geben aus gründen die ich bald veröffentlichen werde er hat im lotto gewonnen und muss jetzt nicht mehr arbeiten genau und ich opfere mein leben jetzt für youtube nicht wirklich nein ich glaube du verwechselst mich mit dir doch 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 das ist nicht mein problem das mikrofon hängt hier also du kannst zwar natürlich aber ich glaube die wenigen die sich dann dennoch dieses video anschauen möchten ich kann natürlich auch ganz mit lauten porno aufdrehen lauten porno bitch könntest du ja ich weiß nicht ob das stöhnen eines pornos an sich so ähm anstößig ist das dass ich von youtube irgendwie abgemahnt werden könnte ich könnte es auch selbst machen oh ja ja mhm genau da tut so gut normalerweise müsste die folgende konstruktion eigentlich instant zusammenbrechen äh wieso hab ich da jetzt zwei kanonen auf einen platz gekriegt und irgendjemand schreibt mich da immer wieder an und versteht nicht was ich tun möchte ich nicht ja das ist mir klar ähm okay das hat nicht genug tote gegeben ja wenn es nicht genug tote gibt dann äh vor allen dingen es muss ja auch nur die ganze konstruktion muss ja nur einen schuss überleben nein nicht so äh ach genau das hätte ich ja alles gar nicht gebraucht sondern ich muss hier einfach nur ein stockwerk höher so damit ich die nächste riege an kanonen hier platzieren kann da wird glaube ich einiges an äh verstärkung notwendig sein damit es überhaupt sitzt und nicht beim nicht schon vor dem ersten abschießen zusammen kracht weil eigentlich will ich nicht mehr dass es alles einmal abschießt das ist müll ist übrigens sehr laut zu hören dass du schreibst kann ich nichts machen doch aufhören zu schreiben warte ganz darf hh der kann ich ja gar nichts machen kannst du ja auch sonst nicht blbl blbl nein verdammt ähm kanone drehen welche stunde ist denn das jetzt so noch mehr kanonen das muss alles muss alles funktionieren und zwar beim ersten versuch okay ich scheint 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 hingekriegt zu haben okay ich glaube jetzt bin ich schneller drauf gekommen ne immer noch nicht ich lasse erst antanzen und jetzt habe ich jetzt mein ziel erfüllt oder was heißt die rote fahne oder heißt es cpu auslastung so hoch dass ich nicht mehr weiter spielen sollte weil die physik die läuft halt immer noch über die cpu um diese ganzen abhängigkeiten berechnen zu können machen wir jetzt halt außenverstärkungen dran ich glaube gegen die kanonen brauche ich einfach da brauche ich einfach keinen schutz ok kann ich auch machen ist interessant auf jeden fall hier vielleicht auch noch hin obwohl ich hier gar nicht obwohl ich es hier nicht nötig hätte ja unqualifizierte kommentare aus der dritten reihe so jetzt kommt noch eine kanonenriege oben drauf das sollte es eigentlich tun noch bis hierhin so so ja könnte ich nicht eigentlich schon wieder ein bisschen hier nach vorne bauen und dann hier eine zweite reihe kanonen hinbauen ich weiß ja nicht ob das dann statisch klappt das würde dann nämlich ziemlich behindert aber trotzdem ziemlich awesome aussehen ja 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 gute alte freund die statik äh nope so hier ein stückchen nach vorne irgendwie habe ich jetzt spontan lust her der ringe zu gucken ich weiß auch nicht aber wer hat das nicht nehmt ihr doch das für morgen vor ja mir ist nur leider meine zweite cd kaputt gegangen eine zweite dvd gibt es das nicht auf netflix? hm so gute sachen hat netflix dann auch bitte nicht aber es gibt äh hobbit es gibt hobbit ja aber nur den ersten oder? weiß ich nicht und es gibt auch hitman ich hab jetzt schon gedacht hitler hitman der film weiß ich jetzt nicht ob das jetzt so ein empfehlenswertes äh gedöns ist vermutlich wird diese konstruktion sofort nachdem ich physik angeschaltet habe in sich zusammenfallen ganz angenehme nebengeräusche kann ich das bis hier durchziehen? ah ja sicher kann man alles durchziehen ich werde sabotiert abbrechen was im facebook schon wieder von mir? wow man kann kanonen auch da platzieren awesome nein ist ja cool warum kriegt man nur one shot kanonen? die bringen es doch nur halb ich würde jetzt mal so einen tipp abgeben und würde sagen wir hätten dann so zwei bis drei zwei bis drei frames junge haifiers 衝 disrespectful hinten sangue musik haaa haaa ist denn success? oh mein god wenn sie jetzt noch die engine ein bisschen verbessern würden oder ich mir so einen Bombenprozessor da reinbaue. Hört sich irgendwie falsch an, aber egal. Dann könnte man sich das vielleicht sogar noch bei einer angenehmen Framerate angucken. So, und für die Truppen im hinteren Bereich bräuchte ich auch nochmal Kanonen. Die würden dann hier müsste ich das Paar der Kanonen ungefähr hier diese Reihe hier aufstellen. Dann brauche ich gar nicht so weit zu gehen. Und ja. Nein. So. Jetzt nochmal Verstrebungen ohne Ende. Ah, Streber. Äh. Genau, wir haben verstanden. War der Witz so gut? Ich muss weinen. Ich habe Schmerzen. Schneidet jemand Zwiebeln. Ja, ich bin nicht der Einzige, der meine Witze mag. Nein. Da wird jetzt nichts auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl. Boah, das müsste eigentlich reichen. So. Weil es so schön aussieht. Die Richtung noch Kanonen. Die Richtung noch Kanonen. Und weil wir was haben. Oh, verdammt. So, jetzt können wir innen drin noch so ein paar Querverstrebungen ziehen. Weil wir ja wissen, dass der Block in der Mitte so gut wie unzerstörbar ist. Ziehe ich jetzt noch eine Verstrebung hier innen durch. Nach hier innen. Nach hier innen. So. Läuft. Dann wäre der Turm hier verstrebt. Vielleicht da hier hin genau. Ich würde hier unten natürlich gerne noch ein paar Stritten ziehen. Ziehen wir gleich durch. Dürfte so gut wie unmöglich sein, das alles gleichzeitig zu berechnen. So. Ja, es kommt nur auf die Menge der Kanonenkugeln an. Drei FPS. Ich glaube, das ist so das Minimum, was wir bis jetzt erreicht haben. Bis auf das Standbild natürlich immer am Anfang. Wenn wir fast immer alles so zu berechnen. Ja, es sieht doch eigentlich schon ganz nett aus. Es ist aber noch nicht das Optimum, habe ich das Gefühl. Man hat noch nicht das Optimum erreicht. Vor allen Dingen, man hat noch nicht die volle Bauhöhe erreicht. Ich würde fast sagen, das ist zwar für diesen Fall schon fast das Optimum, aber ja, das kann man so für das Erste lassen. Und das Ganze speichern wir in zu viel, nicht vier. Kanonen. Die Mehrzahl von Kanonen. Kanonen. Okay. Diesmal kein Kommentar. What? Okay. Ich hoffe, die Aufnahme war nicht wieder zu lang, sodass bei mir alles abgekackt ist. Ich weiß nicht, Shadowplay hat in letzter Zeit ziemliche Probleme mit dem ganzen Kram. Ja, ich weiß, dass es dich nicht interessiert. Dann bis zur nächsten Folge. Haut rein.